Ja, ein wunderschönes Hallo. Heute zu einer weiteren Folge musst du wissen, die siebte Ausgabe schon und auf Wunsch von einzelnen Personen zum Thema Finanzierung, aber alles außerhalb vom Thema BAföG. Da haben wir schon einige Videos dazu gemacht. Ich verlinke wie immer alles. Und deshalb soll es heute ein bisschen um die Finanzierung gehen zum Thema Wohngeld, Teilzeitjob, Minijob, Stipendien, Studienkredite, aber auch die sehr seltene Möglichkeit, ALG II zu bekommen, im Volksmund bekannt unter Hartz IV oder ein sogenanntes Sozialdarlehen. Und die paar Punkte habe ich vorbereitet. Viel Spaß, humanistische Grüße von mir und ja, alle Infos und Quellen findet ihr in der Videobeschreibung und gerne den Kanal abonnieren. Wir sind jetzt schon fast bei 100 Abonnenten. Krasser Shit. Und ja, los geht's. Ja, als allererstes natürlich Wohngeld und Wohngeld kann erstmal nur der beantragen, der kein BAföG bekommt. Also ihr braucht die Voraussetzung, dass ihr kein BAföG bekommt, um überhaupt eine, das ist so die erste Eingangskriterium für Studierende, um überhaupt Wohngeld zu bekommen. Wohngeld ist eine Sozialleistung und richtet sich natürlich damit an Menschen mit geringem Einkommen. Also ihr braucht immer eine gewisse Eigenfinanzierung, um Wohngeld zu beantragen, weil es ist so gesehen nur ein Zuschuss. Es ist nicht die komplette Sozialleistung, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld II. Da habt ihr ja immer einen gewissen, das sind so 420 Euro, glaube ich, für euch und dazu immer noch die Miete. Das ist hier nicht so, denn es ist nur ein Zuschuss zur Miete oder zu den Wohnkosten. Beantragen könnt ihr das bei der örtlichen Wohngeldstelle. Das läuft in der Regel über die örtlichen Behörden, über die Stadt. In Bochum ist es zum Beispiel die Wohngeldstelle. Einfach findet man sehr, sehr leicht. Und der Antrag an sich ist auch relativ einfach. Das ist nicht so, auf jeden Fall sehr viel geringerer Aufwand als zum Beispiel ein BAföG-Antrag. Und ja, ihr braucht da nicht so die großen Voraussetzungen, um diesen zu stellen. Beziehungsweise ihr müsst euch natürlich vorher informieren, habe ich Anspruch auf BAföG oder nicht, weil wie gesagt, das ist so die Eingangsvoraussetzung. Und das ist natürlich auch gesetzlich geregelt, § 20 Absatz 2 Wohngeldgesetz. Und ein Ablehnungsbescheid reicht natürlich nur, wenn ihr, ja, also ihr könnt ja BAföG nicht bekommen, weil ihr zu viel Vermögen habt oder eure Eltern. In dem Fall, wenn ihr dadurch einen BAföG-Ablehnungsbescheid bekommt, ist das natürlich kein Kriterium, damit ihr Wohngeld beantragen könnt, weil wie gesagt, es ist ja so eine, es ist ja eine Sozialleistung und damit eine Leistung für Menschen, die bedürftig sind. Wohngeld richtet sich natürlich nach eurem Einkommen. Also wie gesagt, ich hatte zum Beispiel auch mal Wohngeld und hatte einen Minijob und es richtet sich natürlich nach der Miete sowie nach der Anzahl der Haushaltsmitglieder. Durchschnittlich, zumindestens hatte ich die Zahl gefunden, sind das 150 Euro pro Monat, die ihr erhalten könnt. Das richtet sich dann immer, also ihr müsst auch da wie beim BAföG Änderungen mitteilen, wenn ihr mehr Einkommen habt, wenn ihr weniger habt, sobald ihr Wohngeld bekommt, seid ihr immer dazu verpflichtet, genau wie bei BAföG Veränderungen dem jeweiligen Amt mitzuteilen. Und durchschnittlich 150 Euro, das kann mal ein bisschen mehr sein, kann mal ein bisschen weniger sein. Ich hatte zum Beispiel, wie gesagt, 450 Euro Job und habe da ungefähr 200, 220 Euro Wohngeld bekommen. Und ein großer Vorteil von Wohngeld, wenn ihr es bekommt, ihr bekommt es in der Regel immer so für ein paar Monate, bis zu einem halben Jahr vielleicht, es muss nicht zurückgezahlt werden. Also, checkt es auf jeden Fall mal aus. Ist eine ganz gute Sozialleistung, wenn ihr bei BAföG warum auch immer rausfallt. Wie gesagt, wenn ihr zu viel Einkommen habt, dann nicht. Aber alles andere, wenn ihr schon BAföG bekommen habt und habt die Förderungshöchstdauer überschritten oder aus irgendwelchen anderen Gründen kein BAföG mehr bekommt und trotzdem bedürftig seid, dann macht das auf jeden Fall sehr viel Sinn, das mal zu checken und auch mal zu checken, wie viel Wohngeld ihr bekommt. Und da gibt es diverse Wohngeldrechner im Internet. Ja, neben der Sozialleistung von Wohngeld, das machen natürlich sehr, sehr viele Studierende, dass die einfach Joben gehen, dass sie einen Minijob haben und oder sogar einen Teilzeitjob. Da empfiehlt sich zum Beispiel in Sachen kurzfristige Beschäftigung immer zu gucken, okay, wie viel, ja, wie lange sind denn meine Semesterferien und gibt es da die Möglichkeit, ein Stück weit mein Vermögen aufzustocken, um mein Studium zu finanzieren. Oder gibt es die Möglichkeit, wirklich einen langfristigen Beschäftigung zu finden im Sinne eines Minijobs. Wie gesagt, Wohngeld-Minijob, das ist so ein bisschen auch die Kombination. Also wenn ihr zum Beispiel 450 Euro Minijob habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ihr dazu natürlich auch noch Wohngeld kommt. Wie gesagt, Voraussetzung, wenn BAföG halt eben nicht greift oder wenn ihr die Förderungshöchstdauer überschritten habt. Da macht das definitiv Sinn. Aber auch wenn ihr, sagen wir mal, 500 oder 600 Euro raus habt, dann macht das immer noch Sinn, mal Wohngeld zu beantragen. Richtet sich natürlich immer nach eurer Entlohnung. Egal, ob das ein Minijob ist oder ein Werkstudentenjob, dann gibt es ja noch den Midijob, der geht ja bis 750 Euro, glaube ich. Und oder der Teilzeitjob bis 19,5 Stunden oder maximal 20 Stunden, weil da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen mit der Krankenkasse. Da gibt es ja immer die studentischen Krankenversicherungen und ihr müsst gucken, dass ihr nicht in der Regel da drüber kommt. Weil dann euer Status, also euer Hauptstatusstudium wegfällt und ihr als quasi ganz normale Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin betrachtet werden. Deshalb bis 19,5 Stunden ist in der Regel empfehlenswert. Natürlich auch ein Stück weit müsst ihr da im Blick haben, dass ihr nicht so viel arbeitet, dass sich wiederum euer Studium verzögert. Das erlebe ich auch ganz, ganz oft, dass die Leute, warum auch immer kein BAföG mehr bekommen, sich das Studium verzögert hat. Die dann anfangen zu arbeiten, dann relativ viel arbeiten, vielleicht auch zwei, drei Jobs haben und dann sich das Studium immer, immer hinten rauszieht. Und dann kommt irgendwann natürlich auch mehr Krankenversicherungen hinzu etc. pp. Also da immer versucht, das so ein bisschen einzuplanen und auch nicht zu viel zu arbeiten, damit ihr immer noch, kommt ihr auch ein bisschen auf das Studium an, genug Luft habt, um das Studium auch abzuschließen. Und eure natürlich Bewerbungs- und Jobchancen natürlich noch zu verbessern. BAföG-Hinzuverdienst, wie gesagt, hatten wir ja auch schon in einigen Videos, 4.500 Euro. Was natürlich auch wieder angerechnet wird. Also für die, alle, die einen Minijob haben, 450 Euro und trotzdem BAföG bekommen, ist das vollkommen okay. Alles, was drüber hinausgeht, wird natürlich angerechnet. Und bei einem Teilzeitjob bis 19,5 Stunden, wie gesagt, Mindestlohn ist ja jetzt bei, ich glaube, fast 10 Euro. Da kommt ihr ja schon drüber und würdet sowieso keine Sozialleistungen mehr bekommen. Wenn ihr viel arbeitet, dann macht es definitiv Sinn, auch immer euch die ganzen Belege aufzuheben. Irgendwelche Fortbildungsgebühren, Fahrtkosten, Semesterbeitrag, wenn ihr irgendwelche Bücher kauft, Technik. Also alles, was fürs Studium relevant ist, weil das könnt ihr auch natürlich dann noch anrechnen. Denn Steuern, also Steuern bekommt ihr nur zurück, wenn ihr natürlich auch Steuern bezahlt habt. Was die Jobs angeht oder die Suche nach bestimmten Stellen, kann ich nur empfehlen, euch mit dem Thema Initiativbewerbung zu beschäftigen. Ich weiß nicht, mal sehen, da machen wir vielleicht auch nochmal ein Video drüber. Oder halt bei so lokalen Seiten zu gucken. Stellenwerk Bochum ist ganz, ganz gut. Gibt es auch überregional. Aber vor allem dann ganz, ganz viele Jobbörsen im Internet und natürlich als ganz große Plattform Interamt gibt es noch und natürlich die Plattform der Agentur für Arbeit, wo auch ganz, ganz viele Jobs, auch Minijobs reingestellt werden und ihr dort sehr, sehr viel finden könnt. Ja, neben Jobs und Sozialleistungen natürlich ein Bereich, der auch nicht komplett ausgeschöpft wird. Da gab es auch, habe ich Artikel zugelesen, dass viele Stipendien einfach auch ungenutzt bleiben, ist der große Bereich des, ich nenne es mal, Geschenkengeldes oder der geschenkten Studienfinanzierung. Der Bereich der Stipendien, welche es in Deutschland in Hülle und Fülle gibt, egal ob vom Staat, das wäre dann das sogenannte Deutschlandstipendium oder von irgendwelchen privatrechtlichen Unternehmen. Da kann man schon immer gucken, okay, was ist die Ausrichtung des Unternehmens, die vielleicht, wenn es ein Maschinenbauunternehmen ist oder ein Chemieunternehmen, die natürlich dann auch eher Stipendien in diese Richtung vergeben. Also branchenspezifisch, natürlich die Kirchen, von Parteien kennt man das ja, dass es da gewisse Stipendien gibt von Gewerkschaften und NGOs, also von Non-Governmental Organizations oder auch sozialen Trägern gibt es die Möglichkeit. Und der Vorteil von Stipendien ist natürlich, dass ihr euch wirklich einmal drum bemühen müsst, ihr müsst einmal ein bisschen eine aufwendige Bewerbung machen, die natürlich sehr, sehr individuell gestalten, immer auf das Unternehmen, auf die Organisation bezogen, das kann ich nur empfehlen. Und es gibt natürlich immer ganz, ganz viele Kriterien von solchen Organisationen. Die einen gucken vielleicht mehr nach Leistung, die anderen gucken mehr nach Motivation, nach Interesse, wie tritt die Person auf, was hat die für sonstige Skills, was hat die für einen Lebensverlauf auch. Und das Thema Ehrenamt und Engagement spielt zunehmend eine sehr, sehr große Rolle, ob ihr ein Stipendium bekommt oder nicht. Der Vorteil ist, wenn ihr es natürlich einmal habt, dann gilt das in der Regel euer komplettes Studium lang. Ihr müsst nicht nochmal irgendwie einen Antrag stellen, ihr habt da soweit antragstechnisch keine Verpflichtung, müsst irgendwie keine Nachweise einbringen. Vielleicht müsst ihr mal Berichte schreiben und ihr habt natürlich regelmäßige Meetings, vielleicht mit eurem Stipendienbegleiter oder mit irgendeinem Mentor, das kann natürlich sein. Aber ihr habt erstmal das Stipendium, das komplette Bachelorstudium oder Masterstudium. Und es kann natürlich auch immer, das habe ich auch schon sehr, sehr oft erlebt, was ja auch teilweise sehr einfach war, das Stipendium kann ganz oft verlängert werden, auch um vielleicht ein, zwei, drei Semester. Also das ist alles möglich, das ist sehr, 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 sehr einfach. Am Anfang natürlich sehr intensiv, was die Bewerbung angeht und ihr müsst natürlich auch erstmal euch informieren, was ist das richtige Stipendium, was ist vielleicht die richtige Organisation, wo stehe ich vielleicht auch dahinter. Also macht ja keinen Sinn, wenn ihr euch bei einer Organisation bewerbt, die ihr überhaupt vielleicht auch nicht vertretet mit euren Werten, mit euren Normen, mit euren Vorstellungen. Und was die Höhe angeht, da kann das wirklich vom zum Beispiel Deutschlandstipendium 300 Euro gehen, bis aber auch über 1000 Euro im Monat, plus sogar nochmal ein gewisses Büchergeld, nennt man das. Und es gibt natürlich dann nicht nur das Recht, dass ihr dieses Geld dann bekommt, ihr habt natürlich auch ein bisschen Pflichten bei einem Stipendium, das in Richtung Begleitung, dass ihr euch immer austauscht, wie ist der Stand der Dinge. Also die Menschen haben natürlich und die Organisation auch ein Interesse daran, dass ihr das Studium abschließt und etwas für die Organisation vielleicht auch tut, vielleicht dann die Abschlussarbeit in einem bestimmten Bereich schreibt. Und ihr habt auch in der Regel gewisse Verpflichtungen, dass ihr vielleicht zu irgendwelchen Treffen hingehen, dass ihr irgendwelche Weiterbildungen machen müsst, dass ihr irgendwas noch dafür, dass ihr halt dieses Geld bekommt, dass die euch vollfördern, noch irgendwas wieder zurückgeben müsst. Aber so gesehen, meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wirklich einmal sich hinzusetzen, Zeit zu investieren, zu gucken, was gibt es, wo kann ich mich bewerben, wie sind die Chancen und wirklich eine solide, gute Bewerbung zu schreiben mit einem wirklich Motivationsschreiben, was auf die Organisation gemünzt ist. Und dann habt ihr natürlich Ruhe und wie gesagt, die Stipendien werden ja in der Regel nicht voll ausgeschöpft. Also das guckt euch definitiv an diesen Punkt. Ja, wenn ihr weder BAföG bekommt, kein Wohngeld, irgendwie keinen Job findet, euch auf zig Stipendien beworben habt, dann könnt ihr immer noch gucken, okay, was gibt es vielleicht für Studienkredite. Oder zum Beispiel auch, wenn ihr schon BAföG komplett ausgeschöpft habt, dann könnt ihr euch auch überlegen, ist auch eine sehr, sehr einfache Variante, einfach einen Studienkredit aufzunehmen, um halt endlich zu dem Studienabschluss zu bekommen. Da meiner Meinung nach drei verschiedene, die ich euch gerne empfehlen würde, die ich würde auf jeden Fall erstmal abraten von irgendwelchen privaten Krediten und bei ganz normalen Privatbanken, sondern ich würde immer gucken, was bieten denn die staatlichen? Und da kann ich euch die drei empfehlen, also einmal der Bildungskredit vom Bundesverwaltungsamt, das ist in der Regel gegen Ende oder so Mitte, Ende des Studiums, wird der gerne vergeben oder hat man die Möglichkeit, den zu bekommen im Rahmen. Also alle drei, die ich euch hier nenne, vom Bildungskredit, da KNRW ist halt landesspezifisch und KFL Studienkredite bundesweit, alle drei haben natürlich sehr, sehr faire, sehr, sehr gute Konditionen in Sachen Zinsen und Rückzahlung. Also Bildungskredit, Kreditvolumen 1000 bis 7200 Euro, 24 Raten möglich mit 100, 200, 300 Euro und sogar eine Einmalzahlung und eher gegen Ende, gegen Mitte, Ende des Studiums könnt ihr, habt ihr die Möglichkeit, diesen zu beantragen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da KNRW, wie erwähnt, landesbezogen, gibt es auch in anderen Bundesländern und da ist es ein Höchstbetrag von maximal 12.000 Euro mit, aber sehr, sehr hohen monatlichen Raten, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich schaffe das nicht mehr mit dem Studium, zum Beispiel Personen, die am Staatsexamen dran sind, da ist das ja sehr lernintensiv, die letzte Phase vor dem Staatsexamen, dann könnt ihr sagen, okay, ich will mich jetzt wirklich ein Jahr aufs Lernen konzentrieren, ich will nicht arbeiten, ich will nur das machen, damit ich halt ein sehr, sehr gutes Examen bekomme, dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit und eine Rate bis 1000 Euro ist ja schon sehr, sehr viel, da kommt man definitiv über die Runden. Ihr müsst natürlich immer an der Hochschule in NRW in dem Fall eingeschrieben sein und dort den regulären Sozialbeitrag entrichtet haben. Ist natürlich auch immer für Menschen, die auf Sicherung zum Lebensunterhalt angewiesen sind, also wieder die Komponente sozial schwächere, finanziell schwächere Personengruppen, Menschen und ihr braucht in der Regel eine Person, die für euch birgt, die für euch eine Bürgschaft eingeht, damit ihr diesen Kredit, dem DAKA NRW Kredit bekommt. Anders hingegen beim KfW Studienkredit, in der Regel Staatsbürgerschaft ist nötig, aber es geht auch für EU-Ausländer und für Menschen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Da guckt aber bitte genauer rein in die Voraussetzung. Grundsätzlich 100 bis 650 Euro möglich pro Monat, also ihr müsst ja nicht immer den kompletten Betrag nehmen, wenn ihr vielleicht sogar einen Minijob habt und sagt euch, okay, ich will den Rest der Zeit, wenn ich irgendwie dann, warum auch immer, kein Wohngeld bekomme, das ein Stück weit aufstocken. Weil, wie gesagt, alle diese Kredite müsst ihr natürlich mit ein bisschen Zinsen zurückzahlen, aber auch da sind die Konditionen sehr, sehr studiefreundlich. Man kann das nochmal aufschieben, aufschieben etc. pp. Und der KfW Studienkredit, wie gesagt, bundesweit monatlich 100 bis 650 Euro, in der Regel bis zu 14 Semester lang und, könnt ihr ja ausrechnen, Gesamtbetrag dann fast 55.000 Euro. Also es ist ein sehr hohes Volumen, womit ihr die Möglichkeit habt, euch komplett auf das Studium zu konzentrieren. Angenommen, ihr studiert Medizin oder Jura, dann ist ja die Chance sehr, sehr, sehr hoch, dass ihr später einen sehr gut bezahlten Job auch habt und euch sagen könnt, okay, gut, ich nehme das jetzt in Kauf. Ich weiß, das ist ein sehr hoher Betrag, aber ich kann das später definitiv zurückzahlen, weil diese Frage müsst ihr euch natürlich immer stellen, der Rückzahlung. KfW Studienkredit, letzter Satz, Finanzierungsbeginn, maximal 44 Jahre, also auch ein sehr, sehr hohes Alter, wo ihr noch die Möglichkeit habt, diesen Studienkredit zu bekommen. Ja, wenn alle Stricke reißen, dann gibt es in besonderen Fällen auch ein sogenanntes Sozialdarlehen bzw. Arbeitslosengeld II, wie gesagt, bekannt unter dem unsäglichen und ich finde ihn nicht so schön, den Namen Hartz IV. Deshalb lasst du den Namen einfach weg, streicht Hartz IV, was ich eben gesagt habe, sondern sagt Arbeitslosengeld II dazu. Das gibt es natürlich auch, aber es ist nicht so einfach und ich habe es in der Praxis sehr, sehr selten erlebt, dass Leute Arbeitslosengeld II bekommen für das Studium. Wie gesagt, alles, die ganzen Finanzierungsmöglichkeiten sind ja immer unter der Prämisse, ihr seid im Studio. Und in dem Fall habt ihr die Möglichkeit, erstmal ein Darlehen in besonderen Härtefällen zu beantragen nach § 27 SGB II. Wie gesagt, in dem Fall ist es ein zinsloses Darlehen über das Sozialgesetzbuch und da natürlich immer gibt es auch ein paar Voraussetzungen. Das läuft in der Regel dann über das jeweilige Arbeitsamt, über das Jobcenter, also wiederum über die Stadt, in der ihr wohnt. Ihr müsst eine gewisse Verzögerung vielleicht haben für BAföG, also manchmal dauert es ja auch einfach sehr, sehr lange, bis euer Antrag verarbeitet wurde. Eine weitere Voraussetzung wäre, dass ihr zum Beispiel unmittelbar vor dem Abschluss steht, dass ihr nochmal so eine gewisse Zeit immer überbrückt. Gefahr der andauernden Erwerbslosigkeit kann eine Rolle spielen, eine gewisse Einschränkung, eine Behinderung kann eine Rolle spielen, Überschreitung von Altersgrenzen und keine Möglichkeit der Erwerbstätigkeit neben dem Studium in besonderen Lebenslagen. Also ihr hört schon, wie das ist, besondere Lebenslagen, das ist diese Sozialleistung und diese Sozialdarlehen, da muss schon eine unglaublich große Härte, eine unglaublich individuelle Story dranhängen. Nicht nur Story, sondern faktisch natürlich auch, was ist in eurem Leben los, warum habt ihr diese besondere Härte, um jetzt dieses Darlehen oder ALG2 zu bekommen. Es ist definitiv schwierig, weil natürlich das Jobcenter in erster Linie sagt, ihr seid Student, geh mal bitte zum, schön zum BAföG. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, ist sehr, sehr speziell, aber nicht unmöglich und es muss natürlich eine außergewöhnliche Härte vorliegen. Studienunterbrechung kann eine Rolle spielen, Studierende mit Kind kann eine Rolle spielen oder wenn ihr im Teilzeitstudium so gesehen seid, aber irgendwie nicht da schon rausfällt, was das BAföG angeht. Also das, sehr, sehr special, guckt euch das genauer an, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch mal zu einer Sozialberatungsstelle zu gehen, um das, oder vielleicht auch mal direkt mit jemand vom Jobcenter zu sprechen, um das zu planen und nicht unnützer Zeit und Aufwand zu verschwenden, da irgendwie einen, ja, Antrag zu stellen. Ja, das war's schon wieder zu den genannten Punkten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Kritikfragen etc. pp. in die Kommentare. Und alles Weitere findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne die Videos auch teilen. Ich danke euch sehr, sehr herzlich dafür, wenn ihr das tut. Humanistische Grüße und bis bald, euch noch einen schönen 1. Mai.